Es ist Altweibersommer. Die Tage werden kürzer, die Abende kühler. Im Tisterbauernmoor sammeln sich Kraniche, seit Urzeiten Symbol von Glück und langem Leben. Tau überzieht die Fäden der Spinnnetze und lässt sie im Sonnenlicht glitzern wie silbergraue Haare. Unsere Vorfahren glaubten, dass alte Weiber sie beim Kämmen verloren hätten und für die Christen waren es Fäden aus dem Mantel der Jungfrau Maria bei ihrer Himmelfahrt. Das Tisterbauernmoor liegt im Landkreis Rothenburg an der Wimmel. Hier treffen wir auf die jungen Landwirte Elisabeth und Henrik Dahlmann. Ja, hier könnte man länger bleiben, ne? Ja. Der Hof Dahlmann steht seit 150 Jahren in Doren, am Nordrand der Lüneburger Heide. Die zwei Jahre alte Mathilda wartet auf ihren Papa. Er will sie auf dem Trecker mitnehmen. Es ist Zeit, die Kühe zu versorgen. Henrik Dahlmann liegt das Wohl seiner Familie genauso am Herzen wie das seiner 90 Milchkühe. Wir stehen früh auf, dafür können wir aber auch abends länger arbeiten. Also morgens um halb sechs geht's hier los im Stall, da werden die Kühe gemolken. Ja, und abends melken wir dann wiederum die Kühe um halb fünf, das geht dann bis halb sieben. Wir müssen uns nach deren Rhythmus richten. Die werden jeden Tag im Jahr zweimal gemolken. Weihnachten, Silvester, das ist denen eigentlich relativ egal. Nach dem Melken und der Fütterung der Kühe wird das Frühstück für die Familie vorbereitet. Heute mit Quarkbrötchen und Müsli. Der Hof gehört zu den wenigen Betrieben in Niedersachsen, die Vorzugsmilch herstellen und auch selbst verkaufen dürfen. Wir melken selbst und wir haben eine Vorzugsmilch. Das bedeutet, dass wir die Milch nur kühlen, die gemolken wird und am nächsten Morgen frisch abfüllen und die total unbelassen ist. So wie früher. Aus dieser gekühlten und gefilterten Milch wird auch der Quark für den Teig gemacht. 250 Gramm nimmt Elisabeth. Dazu drei Eier, drei Esslöffel Öl und einen halben Teelöffel Salz. Außerdem 450 Gramm Mehl und drei gestrichene Teelöffel Backpulver. Kannst du das Blech schon mal einfetten? Klar. Der Teig muss so lange geknetet werden, bis er richtig fluffig und weich ist. Ganz gleich, ob mit der Maschine oder per Hand. Am Teig fehlt nichts mehr, aber unter dem bemehlten Brett, auf dem er noch einmal durchgeknetet wird. Ja, eigentlich legt man da nassen Lappen drunter. Dann bewegt sich das Brett auch nicht. Dann teilt Elisabeth den Teig in etwa zwölf gleich große Stücke. Gib mir schon mal einen. Schön rund. Seit drei Jahren sind Elisabeth und Henrik verheiratet. Kennengelernt haben sie sich vor acht Jahren auf einer Party. Ich habe eine Freundin besucht, hatte eigentlich gar keine Lust auf diese Party und Henrik war mit seinen Studienkollegen da. Ja, und da habe ich schon zu meinem Kumpel gesagt, guck mal, das Mädel ist ja ganz hübsch. Und da standest du mit deinen Kollegen und sagtest du, dass sich nur blöde Jungs ansprechen würden. Ja. Dann bin ich umgedreht und habe meinen Freund stehen lassen und habe dich gefragt, wie das dann wäre, wenn ich dich mal anspreche. Ja, ja. Ja, und dann haben wir so seinen Lauf. Guck mal, ist wie ein Herz geworden für dich. Dankeschön. Wir schneiden die jetzt so ein, damit die schön aufgehen und du kannst das Eigelb drauf streichen, damit die schön glänzen. Übrigens, wer beim Backen mal ein zu helles Eigelb erwischt, kann es mit einer Prise Zucker verrühren und bekommt so eine intensivere Farbe. Die Quarkbrötchen müssen bei 200 Grad etwa 20 Minuten lang backen. In der Zwischenzeit wird das Müsli gemacht. Dafür hat Elisabeth am Abend zuvor 250 Gramm Haferflocken in Milch eingeweicht. Henrik raspelt einen Apfel, der zusammen mit 250 Gramm Joghurt zu den Haferflocken kommt. Hast du geschafft? Gleich. Du musst noch Zitronen. Auf den geraspelten Apfel den Saft einer halben Zitrone geben, damit er nicht braun wird. Statt einem Apfel kann man auch jedes andere Obst in das Müsli schneiden. Die eingeweichten Haferflocken und das frische Obst machen dieses Müsli sehr lecker. Schmeckt das schon? Die Sahne muss noch rein. Ist lecker. Elisabeth hebt noch geschlagene Sahne unter und Henrik setzt beim Apfelschälen auf ein kleines Wunderwerk der Technik. Jürgen hat das zu Weihnachten gekriegt und Jürgen ist bei sowas immer wie ein kleiner Junge, der freut sich dann immer ganz doll und hat dann den Heiligabend eigentlich nur noch mit Äpfelschälen auf seinem Sessel verbracht. Der Apfel wird gleichzeitig hauchdünn geschält. Macht das so viel Spaß wie deinem Papa? Wahnsinnsmaschine. Kannst du auch fast genauso gut. Entkernt und in Scheiben geschnitten. Also wir stellen jede Zutat im Grund bis auf die Haferflocken und den Apfel auf unserem Hof selbst her. Das heißt, wir kriegen von Anfang an mit, wie der Quark oder der Joghurt und die Milch entsteht. Und deswegen mögen wir das halt besonders. Die Rezepte für Quarkbrötchen und Müsli gibt es im NDR Text und im Internet. Janis, hast du Hunger? Wann immer es möglich ist, wird bei den Dahlmanns lang und ausgiebig gefrühstückt. Mit drei Generationen an einem Tisch. Super. Dankeschön. Und Papa? Und Janis darf auch eins? Und Janis. Bitteschön, Janis. Die goldenen Quarkbrötchen essen alle am liebsten mit Honig. Elisabeth und ihre Schwiegermutter Annegret sind gelernte hauswirtschaftliche Betriebsleiterinnen. Wer möchte denn Milch trinken? Oh ja. Du, ja. Ihre Milch ist für Familie Dahlmann Lebenselixier und Lieblingsgetränk in einem. Jürgen Dahlmann, Henriks Vater, hält von Milch aus dem Supermarkt überhaupt nichts. Kein Vergleich zu seiner Vorzugsmilch. Also die Milch schmeckt vollkommen und ist einzigartig im Geschmack auf jeden Fall. Sowas gibt es nicht nochmal. Und ja, es ist schade, dass längstlich jeder sowas bekommt. Sahne, Quark und Käse. Fast alles, was man aus Milch herstellen kann, wird bei Familie Dahlmann selbst gemacht. Wie? Das schauen wir uns an nach einem kurzen Abstecher zu den Bastelfreundinnen. Auch im Museumsdorf Hösseringen in der Lüneburger Heide zeigt sich der Altweibersommer von seiner schönsten Seite. Unsere Bastelfreundinnen zieht es deshalb nach draußen. Marion und Martina haben jede Menge Ideen, um auch die letzten Sommermonate auf dem Land noch zu verschönern. Zum Beispiel mit stimmungsvollen Lampions für die nächste Gartenparty. Wir wollen heute mal Lichter für die Terrasse machen, damit man abends, wenn es dunkler wird, schön sitzen kann. Dafür machen wir zum einen eine Lichterkette mit zehn kleinen Lampions und machen einige größere, wo man ein Teelicht reinstellen kann. Die kann man dann schön an Äste hängen oder auch an den Sonnenschirmen und dann hat man ein schönes abendliches Licht. Für die kleinen Lampions der Lichterkette nimmt Martina festes grünes Transparentpapier im Format 12 x 18 cm. Doppelseitiges Klebeband an einer der kurzen Seiten aufkleben und dort das Papier dann einmal umknicken. In dieser Größe wird der quaderförmige Lampion später wie eine Schachtel gefaltet. Dann das komplette Blatt von der kurzen Seite her mittig falten und wieder öffnen. Die Enden jeweils zur Mitte umschlagen und auch sie wieder öffnen. So, und quer das Glanzen nochmal, ne? Einmal über die Mitte. Die langen Seiten ebenfalls zur Mitte falten und wieder öffnen, sodass insgesamt 16 gleich große Rechtecke entstehen. Daraus werden später der offene Rand, die sichtbaren Seiten und der Boden gefaltet. Die rechteckigen Flächen der mittleren beiden Reihen werden mit Nadel und Lineal in beide Richtungen diagonal geritzt und dann gefalzt. So entsteht die Ziehharmonika-Form des Lampions. Wie genau das Muster gearbeitet wird, können Sie in unserer Anleitung nachlesen. Jetzt geht es ans Zusammensetzen. Dafür den Klebestreifen abziehen und an einer der langen Seiten den Rand zweimal falten. Das wird die offene obere Kante des Lampions. Für den Lampion Boden an der anderen langen Seite entlang der ersten Rechteck-Reihe den Klebestreifen entfernen und die einzelnen Flächen entlang der Falznaht einschneiden. Dann kann der Lampion zusammengeklebt werden. Dafür die Kanten der kurzen Seiten aufeinander legen und mit dem Klebestreifen fixieren. Jetzt ist der Boden an der Reihe. Doppelseitiges Klebeband aufbringen und dann den Lampion schon ein wenig formen. Danach den Boden zusammenfalten – das funktioniert wie bei einem Karton – und mit dem Klebeband fixieren. Dann kommt auch schon die Dekoration. Wir möchten um die offenen Seiten der Lampions noch Zierstreifen kleben. Dafür nehmen wir Scrapbooking-Papier. Das ist auf beiden Seiten bedruckt und besonders schön. Und da schneiden wir Streifen zu und kleben die dann mit doppelseitigem Klebeband auf. Diese Papierstreifen geben zusätzlich Stabilität. Dann drücken Marion und Martina die Seiten der Lampions in Form. Ausschlaggebend sind die beiden mittleren Streifen, die wir über Kreuz gefaltet haben. Die bilden jetzt, nachdem wir die zusammengeklebt haben, Rauten. Und zwar ringsrum, in der Mitte und auch über die Ecken. Und die kann ich jetzt ganz vorsichtig nach innen drücken. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl gehe ich so rund rum und drücke die bis zu den Spitzen ein. Und so entsteht halt das Muster. Die besondere Ziehharmonika-Form macht unsere Lampions zu echten Hinguckern. Bei den Grünen wird der Boden in der Mitte vorsichtig sternförmig eingeschnitten. Für die kleinen Glühlampen der Lichterkette. Die großen Lampions bekommen von Marion einen Bügel aus gebogenem Draht. Und als besondere Dekoration noch ein kleines Windrad. Martinas kleine grüne Lampions werden direkt auf die Glühlampen der Lichterkette gesteckt und jeder einzelne mit bunten Schleifenbändern verziert. Mit so einer kleinen Schlafe, ne? Ja. Das ist doch schon gut. Das muss ein bisschen gekürzt werden. Ja, muss glaube ich gar nicht so lang. Ja, schön. Im Schein dieser fröhlichen Lampions werden Grillabende zum Sommerglück im Garten. Die genaue Anleitung finden Sie im NDR Text auf Seite 580 oder im Internet unter www.ndr.de In Duren am Nordrand der Lüneburger Heide betreibt Familie Dahlmann auf einem 150 Jahre alten Hof ihre Milchwirtschaft. Der Hof hat Zuwachs bekommen und alle begrüßen begeistert die Neuankömmlinge. Bunte deutsche Edelziege heißt diese Rasse. Die Ziegen sind erst wenige Monate alt und Elisabeth will mit ihnen die Produktpalette ihrer Milchwirtschaft erweitern. Viele Menschen reagieren allergisch auf Kuhmilch und so ist Ziegenmilch oft eine gute Alternative. Da haben wir uns überlegt, dass wir unseren Kunden jeden Wunsch erfüllen wollen und halt einen Ziegenkäse machen. Und vielleicht einen Joghurt und einen Frischkäse, was auch immer möglich ist. Ziegen und Kühe haben eins gemeinsam. Sie müssen regelmäßig gemolken werden. Die Ziegen einmal, die Kühe zweimal am Tag. In Niedersachsen gibt es nur 14 Milchhöfe, die Vorzugsmilch produzieren dürfen. Der Hof der Dahlmanns erfüllt die strengen hygienischen Anforderungen dafür. Die Tiere müssen kerngesund sein und ihre Milch wird ständig geprüft. Die Milch wird direkt auf dem Hof weiterverarbeitet. Annegret Dahlmann arbeitet im alten Melkus. Einmal pro Woche macht sie aus 450 Litern Vorzugsmilch, Quark und Schichtkäse. Als erstes schöpft sie den oben schwimmenden Fettrand ab, der sich über Nacht gebildet hat. Portionen mit unterschiedlichem Fettgehalt werden in Becher geschichtet. Daher der Name Schichtkäse. Er schmeckt säuerlicher als Quark und die Konsistenz ist etwas fester. Diese Formen, die tropfen jetzt etwa anderthalb Tage ab und dann werden sie in Förmchen gestülpt und verkauft. Dieser Schichtkäse ist etwa nur 10 Tage haltbar. Das heißt, wir müssen uns dann, da muss er auch sofort zum Kunden. Der Fettanteil von Schichtkäse liegt zwischen 10 und circa 50 Prozent. In diesem Kessel sind immer 450 Liter Milch. Dies wird abends mit der warmen, frisch gemolkenen Milch angesetzt. Und ich kann heute, da ich etwa dreieinhalb bis vier Liter für ein Kilo Quark benötige, an Milch, etwa 110, 120 Kilo Quark abfüllen. So, das wär's. Als nächstes füllt Annegret Quark ab. Ein bisschen auseinander, ist das so heiß später. Uiuiuiuiui. So. Es ist ein Quarkbruch, der jetzt hier drin ist, der rührt und verteilt sich so. Und ich fülle ihn jetzt in Säcken ab. Das sind, wie wir gesehen haben, abgekochte Leinensäcke. Und innerhalb der nächsten fünf Stunden, sechs Stunden, verteilt sich dann die Quarkmasse. Und die Molke kann ich dann absetzen. Das heißt also, unsere Milch ist dick geworden durch Milchsäurebakterien und Lab und ist dann geschnitten worden. Ich habe oben den Fettrand abgenommen für Schichtkäse. Und jetzt habe ich hier eine Quarkmasse, eine dickliche Milchmasse, die sich halt in Quark und Molke verteilt. Also Molke ist das Nebenprodukt beim Quark, auch sehr mineralstoffhaltig, aber natürlich ganz fettarm. Sehr beliebt bei Sportlern. Und nicht nur bei Sportlern. Mit nur 0,2 Prozent Fett und gerade mal 25 Kilokalorien pro 100 Gramm ist Molke der Renner unter den Schlankmachern. So. Jürgen Dahlmann hat den Hof von seinem Vater übernommen und ihn inzwischen schon an seinen Sohn Henrik weitergegeben, arbeitet aber noch täglich mit. Und bei fast allem, was er tut, erkennt man unschwer seine Leidenschaft für Kühe. Ich liebe die Kuh, wie sie gemächlich im Stall hin und her geht. So ein gewisses Erhaben geht sie durch den Stall. Wenn sie sich wohl fühlen, dann ist das so. Und das Fell beim Anfassen, das ist ganz was Tolles. Und was mir an der Kuh noch gefällt, das sind vielleicht die schönen Augen. Ja. 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 Im Melkhus macht sich Annegret Dahlmann derweil wieder an den Quark. Die prallen Leinsäcke sind auf die Hälfte eingeschrumpft, aber immer noch schwer genug. Annegret muss jeden Sack in die Rührmaschine kippen, um den Quark jetzt noch zu einer gleichmäßigen Masse glatt zu rühren. Diese Maschine rührt jetzt meine Quarkmasse auf und ich schließe das. Das dauert jetzt etwa drei, vier Minuten und dann habe ich eine ganz homogene Quarkmasse. Früher wurde per Hand gerührt, eine schwere körperliche Arbeit. Das Rühren sorgt dafür, dass keine Klumpen bleiben und sich das Fett gleichmäßig verteilt. Frischer Quark ist ein sehr guter Eiweißlieferant und er wird auf dem Hof vor allem für feine Kuchen oder leckere Torten genutzt. Elisabeth und die Auszubildende Kathleen schneiden einen Biskuitboden. Also ich habe das Messer immer so, dass ich mit den Knöcheln auf dem Brett liege und dann habe ich immer die gleiche Höhe. Dann wird der gleichmäßig hoch. Dann komme ich genau da an, wo ich geschnitten habe und dann brauche ich nur noch das Messer einmal durchziehen. So, den nehmen wir jetzt weg. Und dann haben wir hier Preisebeermarmelade, damit bestreichen wir jetzt den Mürbeteigboden. Nicht so dicht am Rand, damit man nachher, wenn man schneidet, nicht die roten Kanten in der Creme hat. Der Mürbeteigboden, auf den die Marmelade kommt, ist die Basis der Torte. So, das sieht gut aus. Jetzt legen wir den Boden auf die Preiselbeeren mit der Schnittseite nach unten, weil das gebacken ist und dann zieht nachher die Creme nicht in den Boden rein. Mürbeteigboden unten, Biskuitbodenhälfte oben. Jetzt kommt ein hoher Tortenring um die Böden, eng genug, um die Quarkmasse in Form zu halten. Als nächstes füllt Kathleen Preiselbeermarmelade in gekochte Birnenhälften. Ja, und als nächstes machen wir die, oder rühren wir die Creme an. 250 Gramm Schichtkäse werden mit 500 Gramm Quark und 500 Gramm Joghurt verrührt. Gut. Dann kommt jetzt etwas Zucker dazu und eine halbe Zitrone drücken wir aus. Aber Vorsicht, nicht zu viel Zitrone nehmen, der Quark kann sonst bitter werden. Die Masse gut umrühren und zum Schluss noch geschlagene Sahne unterheben. Ich habe schon immer gerne gebacken. Meine Großmutter hatte immer Rezepte aus Zeitungen und die durfte ich dann mit ihr backen. Da war ich, weiß ich nicht, konnte ich gerade lesen, sechs, sieben. Ja, Sandkuchen war der erste, den ich gebacken habe. Erfahrungen, die sie an die Auszubildende weitergibt. Die eingeweichte Blattgelatine wird ausgepresst und im Wasserbad geschmolzen. Kathlin, weißt du, was man bei der Gelatine beachten muss? Nee. Doch, so ein bisschen was weißt du doch schon, dass die nicht kochen darf. Und aus welchem Grund? Weil das dann nicht mehr so fest wird? Genau, das verliert, wenn man das aufkocht oder zu heiß wird, die Fähigkeit fest zu werden. Okay. Gut. Jetzt machen wir den Temperaturausgleich. Dann nehmen wir von dem Quark zwei Löffel. Das rühren wir jetzt ein. So, und jetzt rühren wir die Gelatine unter unseren Quark. Und dann kommt jetzt ein Teil von dem Quark auf den Boden. Und da kannst du jetzt gleich kopfüber die Birnen drauflegen. Zehn Birnenhälften reichen für eine normale Springform. Super. Jetzt geben wir den Rest von dem Quark über die Birnen. Dann strengen wir das noch einmal glatt und dann kann sie in den Kühlschrank. Fertig. Aber im Kühlschrank. Etwa zwei Stunden braucht die Quarkmasse im Kühlschrank. Dann ist sie fest und kann mit frischen Birnenspalten und Minzblättern dekoriert werden. Das Rezept finden sie im NDR-Text und im Internet. Mit dem Altweibersommer wehen auch die ersten Herbstwinde übers Land und läuten damit die Drachenzeit ein. Henrik Dahlmann baut einen ganz einfachen Drachen. Wir haben zwei Leisten, die sind jeweils einen Meter lang. Eine von denen muss auf 83 Zentimeter gekürzt werden. Dafür nehme ich den Zollstock, messe das ab und schneide es dann ab. Dann nehme ich die beiden Gummischläuche, die ich vorher schon geschnitten habe, und teile die in der Mitte mit dem Messer, dass man die einmal so knicken kann. Und das dient dann der Befestigung der beiden Leisten aneinander. Genau, dann schiebe ich die nacheinander auf die Leisten drauf. So entsteht ein stabiles Holzkreuz als Grundgerüst. Wenn die beiden Leisten verbunden sind, wird einmal um alle vier Eckpunkte eine Schnur gezogen. Dafür habe ich vorher, bevor ich die beiden Leisten verbunden habe, jeweils an den Enden eine Kerbe geschnitten. Das dient der Führung des Seils. Henrik muss den Schnittpunkt der beiden Leisten bestimmen. Er liegt bei etwa 33 Zentimetern. Dann führt er die Schnur einmal um das ganze Drachenskelett und versenkt sie jeweils in den eingeschnittenen Kerben. Damit es ein bisschen einfacher ist, habe ich Klebeband genommen und das an den Seiten festgemacht, also das Seil damit festgemacht, sodass ich das mit zwei Händen schaffen kann. Lege es einmal rum, ziehe das dann durch die Lasche, mache einen Knoten ein, sodass das Band schön fest ist. Gut, dann lege ich den soweit fertigen Drachen auf das Papier, schneide das Papier aus. Da sollte etwa ein drei Zentimeter Saum drumherum bleiben. Und an den jeweils vier Enden habe ich eine Lasche stehen lassen, wo wir später dann weitere Seile befestigen können. Bleibt die Frage, welche Bemalung soll der Drachen bekommen? Klar, wir sind ein Milchhof, hier dreht sich alles um die Kühe. Und der Drachen ist ja für Jannis und auch Jannis hat Spaß an den Kühen. Er ist gerne im Stall und hilft auch gerne mit, mit den Kälbchen vor allem. Und ich denke, dann kommt das ganz gut, wenn wir da einen Kuch aufmalen. Henrik legt die Vorlage unter das Papier und paust mit einem dicken weißen Stift die Konturen durch. Mit schwarzer Farbe entstehen Augen und Nüstern. Bevor er den Drachen zusammenklebt, muss alles gut trocknen. Jetzt kann Henrik das Drachengestell mit dem Papier zusammenbringen. Er nimmt dazu Flüssigkleber, den Saum gut umlegen und festkleben. Die Klebestellen können mit Klammern fixiert werden. An den vier Seiten hatten wir ja so ein bisschen was stehen lassen. Das habe ich zusammengeknüllt und da einen Knoten dran gemacht und dann die beiden Ecken jeweils gegenüberliegend verbunden. Mit einem gewissen Abstand, damit er so kurz handbreit über den Drachen der Ring hängen kann, wodurch die beiden Schnüre von den jeweiligen Seiten dann auch verbunden werden. Durch einen Schlüsselring laufen die Schnüre in der Mitte zusammen. Und der Drachen wird in die Waage gebracht. Zum Schluss bekommt der Kuhdrachen noch einen langen Schwanz, der mit Schleifen aus Papierresten beklebt ist. Etwas über zwei Stunden und der Drachen ist fertig. Elisabeth, Mathilde und Janis sind schon neugierig. Wollen wir den steigen lassen? Ja? Guck mal, Mathilde. Ah, kannst du den fliegen? Ja, gehen wir auf die Wiese und lassen den fliegen, oder? Auch Hof und Charlie ist beim Jungfernflug des Dahlmann-Drachens dabei. Die komplette Anleitung für den Kuhdrachen gibt es im NDR-Text und im Internet. Und wir fliegen jetzt weiter nach Uelzen zu unseren Gartenexperten Silke und Ole Becker. Musik 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 Uelzen in der Lüneburger Heide. Die warme Jahreszeit dauert auch im Garten der Beakers an. Noch immer blühen die Hortensien und der Charme des Septembers schwebt über den Beeten. Obwohl alles ringsum noch sommerlich aussieht, denkt Ole Becker schon an den Herbst. Denn dann beginnt eine schwierige Zeit für den Rasen. Jetzt, im Spätsommer, muss man ihn schon auf die kommende kalte Jahreszeit vorbereiten, indem man das Gras düngt. Ja, jetzt, am Ende des Sommers, bekommt der Rasen von mir nochmal seinen Nachtisch. Das heißt, eine Portion ausgewogenen Düngers. Er soll nicht mehr so intensiv wachsen, aber durch den hohen Gehalt Kalium, der in diesem Dünger enthalten ist, wird er besonders gut auf den Winter, auf den Frost vorbereitet. Und er trat im nächsten Frühjahr auch gleich wieder richtig schön durch. Etwa 60 Gramm Herbstrasendünger kommen auf jeden Quadratmeter. Aber nicht nur der Rasen ist für die Zugabe von Kalium kurz vor dem Herbst dankbar. Es gibt noch einige Pflanzen mehr außer dem Rasen, die wir hier gerade so gut versorgt haben, wie zum Beispiel Kamelien, Rhododendron und auch unsere geliebten Rosen, die wir alle mit ein bisschen mehr Kalium gut auf den Winter vorbereiten. Das Holz reift schneller aus und die Pflanzen sind allgemein besser vom Frost geschützt. Wichtig ist nur dabei, dass wir nicht unseren sonst verwendeten Frühjahrsdünger nehmen, denn der würde unter Umständen nochmal das Wachstum fördern und genau das wollen wir nicht. Das geht auf die Winterhärte. Dann muss gegossen werden, damit das Kalium seine Wirkung entfalten kann. Rechtzeitig mit dem Düngen beginnen, bevor die Pflanzen in die Vegetationsruhe gehen. Mähen darf man noch bis Ende Oktober. Unterdessen macht sich Silke Beker daran, Pfingstrosen zu pflanzen. Die prachtvollen Stauden, auch bekannt als Päonien, fühlen sich an einem sonnigen Platz wohl und blühen hauptsächlich im Juni. Jetzt im September, ganz ohne Blüten, sollte man sie in die Erde setzen. Für Päonien ist jetzt eine wunderbare Pflanzzeit, weil der Boden schön erwärmt ist. Das heißt, die Päonien haben nicht mehr den Stress des Hoch sommers, können aber wunderbar einwurzeln und haben so die Garantie für die nächsten Jahre. Den Winter werden sie so gut überstehen und sich von Jahr zu Jahr weiterentwickeln. Silke achtet darauf, dass der Boden mit Gesteinsmehl und Humus verbessert wird, die Erde um das Pflanzloch schön gelockert ist und die Pflanzhöhe stimmt. Wichtig bei der Päonienpflanzung ist, dass nicht zu tief gepflanzt wird. Sonst bilden sich einfach nur wunderschöne Blätter und keine Blüten. Ich mache das immer so, dass ich an den Wurzelballen die obersten Wurzeln suche. Da kratze ich so ein bisschen mit dem Finger und gucke, wo die festen fleischigen Wurzeln sind. Und da ist es wichtig, die halt nicht tiefer als so eins, zwei, drei Zentimeter höchstens zu pflanzen. Meist blühen die Päonien erst im zweiten Jahr nach der Pflanzung. Sie brauchen Zeit, um sich einzugewöhnen. Am besten setzt man sie dann auch nicht mehr um. So blühen sie am schönsten und leben am längsten. Um den Spätsommer noch richtig genießen zu können, haben sich Ole und Silke vorgenommen, ihre Terrasse auszubessern. In zehn Jahren hat der Zahn der Zeit an einigen Bohlen kräftig genagt. Gerade bei den geriffelten Bohlen besteht das Problem, dass ich natürlich Feuchtigkeit und Schmutz sehr gut ansammeln kann. Und wenn wir jetzt alles neu machen würden, dann hätten wir jetzt hier auch sicherlich glatte Bohlen genommen. Sieht schöner aus, keine Frage. Und vor allen Dingen haben wir da nicht das Problem, dass ich Schmutz und Feuchtigkeit so gut ansammeln können. Wir tauschen jetzt aber nur ein paar aus. Wir wollen uns nicht zu viel Arbeit machen heute. Wir werden später noch einmal schauen, wie die Beakers mit der Terrasse vorankommen. Im Thister Bauernmoor finden sich die Kraniche und Gänse an ihren Sammelplätzen ein. Jeweils am Morgen und am Abend kann man das Naturschauspiel besonders gut beobachten. Ganz in der Nähe liegt der Milchhof der Familie Dahlmann. Jürgen Dahlmann ist auf dem Weg zu seinen Beeten, um frische Petersilie und Salat zu ernten. Den Salat finde ich toll, dass das mein eigener ist, dass er frisch ist. Ich nehme kann, was mir gefällt, was ich möchte. Wobei ich immer auch darauf achten muss, was meine Frau dann möchte. Die möchte also nicht so viel Zwiebeln. Ich esse gerne ein bisschen mehr Zwiebeln. Wir haben uns dann so entschieden, dass es morgens, wenn wir morgens ein Salat essen, keine Zwiebeln gibt und abends dann ein paar mehr. Jürgen schneidet Eichblattsalat. Der hat knackige, saftige Stiele und einen kräftigen, nussigen Geschmack. Nach dem Waschen wird er freihändig trocken geschleudert. In den Salat kommen Zwiebeln und reichlich frischgezupfte Petersilie. Ich mache es einfach gerne. Petersilie schneiden, weil ich auch so ein schönes Messer habe. Und das geht so wunderbar damit. Hacken liegt mir nicht so. Weiß ich auch nicht. Den Salat würzt Jürgen zunächst nur mit Salz, Pfeffer und etwas weißem Balsamico-Essig. Als nächstes nehme ich jetzt Leinöl. Ganz was Besonderes. Wir haben in Dorn eine Ölmühle. Und das ist frisch gepresst und, wie ich mir habe sagen lassen, ganz top und sehr gesund. Oh, Jürgen, sehr schön. Hast du schon fertig, mein Abendbrot. Ja, extra für dich. Oh, danke. Es ist ja so, dass ich gegen Abend immer im Büro zu tun habe und auch seine Mutter versorge. Und er aus dem Stall eher halt fertig ist. Und dann genießen wir das hier schön. Ein Gläschen Wein, Salat. Dann sind wir halt auch alleine. Und gegen Abend sehr schön hier. Mh, ist so üblich. Sehr lecker. Siehst du? Sehr lecker. Das ist jetzt Leinöl von Helmut. Gegen Abend ist Sohn Henrik auf einem besonderen Feld zu finden. Einem Baseballfeld. Gemeinsam mit seinem Bruder Joost und einigen anderen Landwirten wird abends die Folke gegen den Baseballschläger getauscht. Das ist natürlich sehr wichtig, diese Sportarts auszuüben hier. Wir spielen ja auch relativ erfolgreich erste Bundesliga. Gut, das liegt aber auch eigentlich nur daran, dass das so eine starke Gemeinschaft hier ist. Die Familien, die halten hier alle mit. Das sieht man bei den Spielen schon. Da kommen die ganzen Eltern und Geschwister mit und freuen sich. Und jeder bringt was zu essen mit. Hey, Papa. Na, was gibt's heute Schönes? Ja, geht's heute. Alles gut? Ja, auch gut. Wie jede echte Baseballmannschaft haben sie einen kernigen Namen. Wir sind Wild Farmers Wilde Bauern. Die Urgeschichte ist eigentlich, da kommt das von unserem Kreisschild, also Nummernschild, das ist WL, wilde Landwirte. Und da man nun, also es ist ja ein amerikanischer Sport, dann haben wir halt nicht wilde Landwirte gesagt, sondern Wild Farmers. Auch Henriks Bruder Joost kann sich kein schöneres Hobby vorstellen. Seit ich denken kann, spiele ich Baseball, über 20 Jahre. Und das ist für mich gar nicht wegzudenken. Also ich bin schon stolz, muss ich sagen. Nicht nur natürlich auf meine Jungen, sondern auch auf die ganze Mannschaft. Das ist eben der Name Doren, der in die ganze Welt hinaus, na, Welt ist vielleicht nicht betrieben, aber Europa doch schon rausgetragen wird. Da bin ich schon als Dorner natürlich auch stolz drüber. Die Gemeinschaft ist das, was hier auf dem Lande zählt. Genau wie beim Baseballspiel. Für Annegret Dahlmann geht es jetzt ans Tische decken und dekorieren. Denn es werden Gäste erwartet. Also wenn ich dekoriere, dann benutze ich immer das, was die Jahreszeit mir gibt. Und das ist jetzt zur Zeit halt wirklich die Sonnenblume, die Eberesche, der Dill. Ein bisschen ein Gedenken, weil der Erntedank ist. Und wir auch dieses Jahr als Landwirte auch nicht vergessen. Nicht umsonst erntet man. Und es ist nicht immer unser eigenes Können. Deshalb auch ein bisschen Dank. Ja, und so benutze ich immer dann eigentlich Natur. Einmal im Jahr bedankt sich Familie Dahlmann mit einem Hoffest bei Freunden, Nachbarn und den vielen Helfern, die Tag für Tag dazu beitragen, dass der große landwirtschaftliche Betrieb rund läuft. Dahlmanns berühmte Buletten, die Dalliburger, sind schon auf dem Grill und die Heimatgruppe Heslingen zeigt einen ihrer Tänze. Aber schön ist es auch, wenn man auf den abgemähten Flächen, das riecht immer so toll, nach frischem Heu oder nach frischem Gras. Und sich so wie ich, vielleicht nehme ich auch manchmal meine Frau mit, mitten auf die Wiese setze, ein Glas Wein mit ihr trinke und dann über die letzten Tage erzählen und Ruhe haben dabei. Und das Wetter ist dann vielleicht auch noch schön, dass man nicht nass wird beim Sitzen. Das ist toll. Für mich sehr toll. Ja, das ist toll. Die Weser im Nordwesten Niedersachsens. Von hier aus hat sie es nicht mehr weit bis zu ihrer Mündung in der Nordsee bei Bremerhaven. Die Gegend um die Unterweser nennt man die Wesermarsch. Es ist sehr fruchtbares Weideland. In Brake im Landkreis Wesermarsch liegt der Hof von Familie Holthusen. Großvater Herbert Holthusen hat ihn 1970 übernommen. Heute ist er Altenteiler und sein Sohn und sein Enkel bewirtschaften den Hof. 250 Hektar Land und 250 Milchkühe, das ist ihr Haupterwerb. Zur Heuernte sind die Männer des Hofes mit ihren Treckern auf der Weide. Ein eingespieltes Team. Jendrik, der Jungbauer, wird einmal den Hof übernehmen und erklärt, wie das Team Holthusen funktioniert. Also mein Papa, der macht das Mähen, der mäht das Gras ab. Dann kommt mein Bruder, Tobi, der kreiselt, der wirft das sozusagen auseinander, das ganze Gras, damit es anwälgt, ein bisschen antrocknet. Und dann komme ich mit dem Schwader und mache einen Deich, schwadere das sozusagen zusammen, damit die Erntemaschine das aufnehmen kann und zu einem Siloball zusammen machen kann. Ich habe das seit meiner Kindheit hier gemacht. Ich glaube, seit ich sechs bin, habe ich das erste Mal auf dem Trecker gesessen, mit Opa damals noch. Mir macht das einfach eine ganze Menge Spaß. Gerade so am Wochenende, man hatte die Verbundenheit zur Natur, die großen freien Flächen, die Kühe links und rechts oder die Pferde. Von den heutigen Pferdestärken konnte Herbert Holthusen nur träumen. Es waren ja nur kleine Betriebe und jeder hatte ja eigentlich nur ein Pferd. Und dann hat man sich vom Nachbarn noch eins dazu geliehen. Und dann kamen da zwei Pferde vor der Mähmaschine und dann wurde Gas gelegt. Also das ist immer toll, so wenn meine beiden Jungs so vor mir herlaufen, dann ist man doch schon ein bisschen stolz. Und wir haben das ja eben gesehen, wenn wir zusammen so in der Ernte sind, dann denkt man doch, andere haben das nicht. Zum Schluss verpackt der Silagewagen die Heuballen fest in Folie. Herbert Holthusen kümmert sich am liebsten um seine Kühe. Mit dem Radlader. Aus Sicherheitsgründen. Ich muss das mit dem Radlader auch sowieso machen, weil wir einen Bulle dabei haben. Und ein Bulle ist ja eigentlich auch mal unrechenbar. Kann ja auch mal höchstartig werden. Der Holthusenhof trägt den Namen auf der Wurb, denn er liegt auf einem Hügel mitten im Marschland. Das Haupthaus ist fast 100 Jahre alt. Es wurde einst auf Pfählen erbaut. Heike, Heikos Frau, hat Kuchen gebacken. Hat sich ja gelohnt, dass wir uns so beeilt haben. Stell ich Kaffee ein. So, ich nehme auch einen Kaffee. Ja, Tobias. Tobias ist Berufssoldat und kommt nur am Wochenende. Margot und Herbert sind die alten Teiler. Jendrik und Heiko bewirtschaften den Hof. Und das ist Django. Heute war ein schöner Tag. Schön Träger gefahren. Alles trocken reingekriegt. So. Feierabend. Du bist müde. Du bist müde wieder. Der ist ja auch mit Träger gefahren. Baby. Voll anstrengend. Das wird jetzt rausgeschnitten. Heute ist der erste Tag. Margot Holthusen streift gemeinsam mit Enkelin Lisa durch ihren geliebten Garten. Erst werden die Gänse gefüttert, dann Gurken geerntet. Asia-Gurken. Margot kennt ein leckeres Rezept zum Einlegen. Hier ist eine grüne. Die nehme ich aber auch schon mal. Die können wir für Salat nehmen. Und die anderen, die sind alle sehr klein noch. Die sind noch grün. Aber eine grüne nehmen wir nur, ne? Guck mal, wie das geht. Kennst du das? Margot legt die Gurken süß-sauer ein. Mit Ingwer, Nelken und Zimt. Macht es dir Spaß, Lisa? Ja. Die schmecken ja auch immer gut, ne? Wenn wir die eingemacht haben. Das sind alles die kleinen Samenkörner. Die werden getrocknet und dann kann man nächstes Jahr wieder neue Gurken pflanzen. Das muss man hier oben so rein. Und dann holt man das so löffelweise die Kerne raus. Dann kommen die da rein. Okay. Ist ein bisschen schwer, aber ich denke, du hast ja Kräfte. Das muss damit ganz sauber sein. Sonst sind nachher die Gurken, da bildet sich da so eine weiche Masse. Das Fleisch muss ja ganz fest sein, das Gurkenfleisch. Kannst du das eben so festmachen? Ja, das kann ich wohl gleich machen. Kannst du hier schon die andere anfangen? Die entkärnten Gurken werden in dicke Halbmondscheiben geschnitten. Die ziehen sich nachher noch so zusammen. Das haben wir nachher im Glas, finden wir nachher nichts wieder. Durch Salz und Essig und durch das Kochen. Deswegen müssen die so groß. Dann machen wir die jetzt hier in den Topf rein. Die Gurken werden praktisch zweimal eingelegt. Erst salzig, dann süß. Lisa, jetzt machen wir da Achtung. Eben bisschen Essig, äh, Salz drauf, damit die gut durchzieht. Weinbrand-Essig. Jetzt sind sie überall schön in Runde. Prima. Jetzt können wir auch noch Wasser drauf machen. Kannst du da auch. So, dass die Gurken bedeckt sind. Salz, Weinbrand-Essig, Wasser. In diesem Sud dürfen die Gurken nun ein paar Stunden ziehen. Gut, kommt genau hin. Der Garten ist mein Leben. Und auch so, dass man mit den Enkelkindern auch mal durch den Garten gehen kann. Früher haben wir viel mehr geerntet. Man kann ja auch schon vieles kaufen auf dem Markt. Aber was man selbst hat, das schmeckt irgendwie ganz anders. Margots Liebe zum Garten zeigt sich auch bei ihren vielen Blumen, die bis in den Spätsommer hinein noch blühen. Ein kleines Paradies. Lisa gießt den Weinbrand-Essig in den Topf mit Zucker. Das ist der zweite, der süße Teil des Rezepts. Außerdem kommen nun Ingwer, Zimt und Nelken dazu. Damit die Nelken nicht im Topf hinten umher schwirren, wird da jetzt ein Gummiband dazu gemacht. So, ist gut so. Nicht brauche ich nicht. Als Gewürzsäckchen eignet sich am besten ein Teefilterbeutel. Und dann kommen die heiß in die Gläser, sofort verschließen mit einem Gummiring und dann kommt es in den Einkochtopf. Damit die sterilisiert werden und sich auch bis zum Winter halten, lasse ich die noch 15 Minuten ziehen bei 100 Grad. Und währenddessen schauen wir noch einmal nach der Gartenterrasse der Beakers in Uelzen. Die schadhaften Bohlen sind bereits entfernt. Nun geht es an den Einbau der Neuen. Das Douglasienholz, was ich hier verwende, ist europaweit verbreitet, also ökologisch unbedenklich. Wir müssen uns keine Gedanken machen über die Abholzung von Regenwäldern. Außerdem ist die Haltbarkeit auch sehr hoch. Nicht direkt vergleichbar mit der von Tropenhölzern, aber für unsere Zwecke vollkommen ausreichend. Und auch nicht unentscheidend, der Preis ist auch in der Regel wesentlich günstiger als der von Tropenhölzern. Douglasienholz ist also nicht teuer und dennoch widerstandsfähig. Die Bohlen sollten immer mit kleinem Abstand voneinander verlegt werden, damit Wasser dazwischen ablaufen kann. Befestigt werden die neuen Planken mit Edelstahlschrauben. Die Schrauben, die ich hier verwende, sind aus V2A-Stahl. Es ist sehr wichtig, dass wir dieses Material hier verwenden. Aus zwei Gründen. Zum einen reagiert es nicht so mit dem Holz. Das heißt, wir haben von vornherein vollen Stellen an dem Bohrloch unterbunden. Verfärbungen treten nicht so schnell auf. Und für mich natürlich auch eine erhebliche Arbeitserleichterung, das selbstschneidende Gewinde. Ich brauche nicht vorbohren, ich kann die Schrauben alle direkt versenken. Je schmaler die Bohlen sind, desto weniger arbeitet das Holz. Das beugt Rissen vor. Was die Färbung des Holzes anbelangt, ist Geduld angesagt. Mit der unterschiedlichen Farbgebung hier müssen wir zunächst erstmal leben. Wir ziehen vor, dass die neuen Bohlen dann auch irgendwann dieses schöne Silbergrau bekommen. Wer möchte, kann natürlich seine Terrassenbohlen auch ölen. Sollte das allerdings frühestens nach etwa einem Jahr machen, denn so ganz ausschließen lässt sich nie, dass durch zu frühes Öl dann auch eine gewisse Fleckigkeit entsteht. Die Heilbarkeit selber ist durchs Öl nicht unbedingt wesentlich verlängert. Am Ende ist die Terrasse wieder sicher zu benutzen. Damit die neue Holzfläche in den kommenden Wochen noch einladender wirkt, bepflanzt Silke einige Kübel mit Spätsommerschätzen. Dafür hat sie unterschiedliche Hortensien ausgesucht, zum Beispiel diese gefüllte Variante oder die Sorte Ayesha, die an Fliederblüten erinnert. Ja, damit der Sommer nicht im September schon aufhört, kann man mit schönen Pflanzen, die jetzt lange blühen, auch noch einige Ecken, die ein bisschen blühfaul geworden sind, einfach ein paar tolle Farbtupfer ins Beet bringen und hat so den Sommer nochmal ein klein wenig verlängert. Auch späte Phloxe lassen sich dafür sehr gut einsetzen. Oder auch herrliche Perovskien, die von Juli bis Oktober blühen. Ja, die Pflanzen, die jetzt so für eine Kübelbepflanzung schön sind, sind aus dem Staunen und aus dem Gehölzbereich. Da ist der Vorteil einfach, sie blühen jetzt noch lange und wenn sie verblüht sind, kann man sie in den Garten setzen und hat so dann über die Jahre hinweg, weil es ja ausdauernde Pflanzen sind, also immer wieder viel Freude. Die blauen Töne werden von weißen Blüten und Gräsern ergänzt. So bleibt die neue Terrasse auch im Spätsommer noch ein Lieblingsplatz. Bei Sonnenaufgang über der Wesermarsch zeigt sich der ganze Zauber der Landschaft. Die Natur hält hier eine Überraschung parat. Heiko und sein jüngster Sohn Elias machen ein kleines Phänomen der Gegend sichtbar. Was da in heller Flamme brennt, ist natürliches Methangas. Einige Höfe im Wesermarschland nutzen seit über 100 Jahren diese kostenlose Energiequelle. Das Gas kommt mit dem Grundwasser an die Erdoberfläche. Das Methan lässt sich sammeln. Heiko hat drei solcher Gasbrunnen. Sie liegen verteilt über den Hof. Wir haben hier was ganz Besonderes. Dies ist jetzt einer von unseren drei Gasbrunnen, die wir haben. Also nach zehn Metern unten Sand, dann kommt eine Moorschicht und da drüber eine Schlickschicht und dann kommt wieder eine Moorschicht und dadurch bildet sich unten Methangas. Unser Betrieb liegt ja ungefähr einen Meter unter dem Meeresspiegel und dadurch haben wir von unten einen unheimlichen Wasserdruck. Der hohe Wasserdruck treibt das Gas an die Erdoberfläche. Dieses Sumpfgas wird in den Brunnen aufgefangen und über ein Rohrsystem in einen Gastank geleitet. Hier wird das Gas aus dem Brunnen gesammelt. Das ist praktisch die Gasglocke, wo das Gas aus dem Brunnen reinläuft und gesammelt wird. Und durch den Gasdruck wird die Glocke hochgedrückt und durch das Gewicht von der Glocke haben wir eben diesen Gegendruck, damit wir in der Küche beim Kochen eben diesen Druck haben, damit wir das anzünden können. Das ist natürlich Gas und Gas ist natürlich nie ganz ungefährlich, aber dadurch, dass das eben absolut luftdicht abgeschlossen ist und kein Sauerstoff drin ist, kann natürlich auch nicht so viel passieren, weil Gas brennt ja nur in Zusammenhang mit Sauerstoff. Mit dem Sumpfgas hat Heike Kartoffeln gekocht. Die werden für ein Kartoffel-Apfel-Gratin gebraucht, nach einem Rezept von Freundin Barbara. Die sind ganz schön heiß, die Kartoffeln, Heike. Ja, aber sie müssen ja auch noch schön warm sein, sonst zieht das ja nicht so gut durch gleich. Das stimmt. Die Pell-Kartoffeln bekommen eine Marinade. Dafür rührt Heike Paprika, Curry und Zimt in Creme Fraiche. Barbara schnibbelt in der Zwischenzeit säuerliche Äpfel. Der Saft einer Zitrone kommt auch noch dazu. Das alles wird gut verrührt und in einer Auflaufform gefüllt. Das ist ja auch lecker. Die man eigentlich immer zuhause hat und trotzdem ist es ganz raffiniert. Ja, sieht gut aus. Eine knappe halbe Stunde. Das ist gut. Genau. So. Ist alles raus? So, ist gut. Super. So, noch schön verteilen. Bei 180 Grad dauert es etwa eine halbe Stunde, bis das Gratin gar ist. Goldbraun und lecker. So, lass ich. Schon vor tausend Jahren begann hier an der Unterweser der Deichbau. Ihr heutiges Aussehen hat die Landschaft seit 1700, wo auch diese Kanäle entstanden sind. Der größte Teil des Landes wird bis heute aus der Weser mit Wasser versorgt und in die Weser entwässert. Ja, regelmäßig in den Sommermonaten werden unsere Flächen zugewässert. Und zwar aus der Weser wird direkt Wasser in unsere Siede gelassen. Man sieht das jetzt. Wir haben jetzt gerade Sielwasser. Und wir haben verschiedene ... Verlade nennt man so ein Sielbauwerk, um das Wasser in die Flächen reinzulassen. Und das machen wir deswegen, um eben Tränkewasser für das Vieh zu haben und auch um die Gewässer zu spülen. Weil das würden ja sonst eben stehende Gewässer sein und anfangen zu stinken. Also so lassen wir jetzt frisches Wasser in die Gräben rein. Und das machen wir alle paar Wochen. Je nach Wetterlage wird so drei Tage aus der Weser zugewässert. Die Siele werden vollgefahren und jeder kann sein Wasser dann selber steuern und seine Flächen volllaufen lassen. Oma, Opa und Elias montieren den 80 Jahre alten Fleischwolf. Darf ich die Schlecke reinmachen? Ja, machen wir rein. Ja, jetzt kommt erstmal die Messer raus. Und dann die Schreibe. Dann kommt die Schreibe da so rum rauf. So rein. Und jetzt musst du das Ganze feststellen. Und dann? Rechtsrum. Habt ihr das immer zu zweit gemacht? Ja, das haben wir immer Muster hier. Einer Muster hier immer drehen. Eigentlich machen wir das nur für die Enkelkinder. Und Elias interessiert sich das so tüchtig für. Und dann hat er gesagt, Oma, du hast ja noch einen Fleischwolf auf dem Boden. Und da kam die Idee. Und da hab ich da große Lust zu gehabt. Wir haben ja früher mehr Schweinefleisch verbraucht wie Rindfleisch. Aber heute ist ja Rindfleisch auch sehr gesund. Und jetzt wissen wir dann auch in den Frikadellen, was da drin ist. Und ich glaube, es macht auch riesig Spaß, das selbst mal durchzudrehen in der Wurstmaschine, weil man das von früher so kennt. Zwei Drittel vom Schwein, ein Drittel vom Rind. Dieses Mischverhältnis nimmt Margot für ihre Frikadellen. Das Besondere an dem Rezept sind die gekochten Kartoffeln, die mit durchgedreht werden. Seit Brötchen kann man auch Kartoffeln nehmen. Und das habe ich mal gehört. Und es gibt ja viele Allergiker, die keine Brötchen dürfen. Die nehmen dann Kartoffeln. Und das habe ich ausprobiert. Das gefällt mir sehr gut. Das ist einmal Petersilie und Schnittlauch. Das Hack wird mit Petersilie und Schnittlauch, einem Klack Senf, Salz, Pfeffer und Zwiebeln gewürzt. Dann brauchen wir nur noch Salz und Pfeffer. Okay. Ich mach den Pfeffer. Ja, gut. Überrechte Salz. Elias knetet das Fleisch mit allen Zutaten ordentlich durch. Die Frikadellen werden dann geformt und in Schweineschmalz bei nicht allzu großer Hitze gebraten. Ich habe jetzt ein bisschen Schmalz. Das schmeckt immer ganz gut vom Schlachter auch. Und das ist die Eisenpfanne. Die ist gut zum Braten für Fleisch. Und da muss natürlich ein bisschen mehr rein. Elias, bringst du mal eben die Frikadellen? Die Pfanne ist jetzt heiß. Dann legen wir die da rein. Etwa sechs bis sieben Minuten, je nach Herd, Pfanne und Hitze, werden sie von jeder Seite gegart. Die Frikadellen, die müssen immer auf dem Platz, wo du die zuerst hingelegt hast, auch da immer bleiben. Umschieben kann man das schlecht. Die kannst du jetzt umschieben, wenn das so zwei Minuten vielleicht eben von einer Seite angebraten ist. Das schöne Wetter hat die Familie noch einmal in den Garten gelockt. Kapuzinerkresse auf dem Kartoffel-Apfel-Gratin, Petersilie auf den Frikadellen und Borretschblüten auf den eingelegten Asiagurten. Das sind die I-Tüpfelchen auf diesem leckeren Essen. Soll ich die Kartoffeln noch tun? Ja, gerne, Tatjana. Das ist ja dieses Französisch. Also, dann sag ich jetzt mal Prost auf das schöne Essen. Ich bin ja mal gespannt, wie das schmeckt. Sieht gut aus. Servus. Gut. Jawohl. Früher gab es in jedem Dorf einen Stellmacher. Heute gehört Theo Malchus aus Braunschweig zu den wenigen, die das alte Handwerk noch beherrschen. Diesen betagten Gemüsewagen soll er wieder flott machen. Ganz so wie Arno Dunnemals. Als Stellmacher noch Kutschen und Karren bauten und reparierten. Die Bauern benutzten früher solche Wagen, um Gemüse zwischen Braunschweig und dem Harz zu transportieren. Viele Jahre stand das Gefährt unbeachtet herum. Der ist ja nun schon weit über 100 Jahre alt und das ist zwar Eichenholz hier und für sein Alter hat er ja eigentlich noch eine ganz gute Substanz. Aber man sieht das ja hier deutlich, dass die Zeit da ordentlich genagt hat und wahrscheinlich hat er hier im Wasser gestanden. Deswegen sind diese Felgenteile hier nicht mehr zu gebrauchen und deswegen muss das Rad komplett zerlegt werden und eventuell auch ganz neu gemacht werden. Natürlich habe ich Motivation das auch zu machen, weil mir ist auch daran gelegen, die Techniken der Stellmacher, dass das nicht alles komplett verschwunden geht. Stellmacher wurden seit den 1960er Jahren offiziell nicht mehr ausgebildet. Der Beruf starb langsam aus. Übrig geblieben sind ganz wenige Werkstätten von alteingesessenen Meistern, wo bis heute mit uralten Maschinen das Holz bearbeitet wird. Theo Malchus hat sich von erfahrenen Stellmachern wie Walter Minderlein die handwerklichen Tricks und Kniffe abgeschaut. An das Wissen zu kommen, das war natürlich nicht ganz so einfach. Also in erster Linie habe ich alte Stellmacher besucht, die hier noch auf den Dörfern waren. Bei Walter war ich zigmal, der hat mir viele Sachen erklärt, den Umgang mit einer Radmaschine zum Beispiel. Anfang der 80er Jahre begann Theo Malchus damit, sich das Wissen der alten Stellmacher anzueignen. Schließlich konnte er seine eigene Werkstatt eröffnen. Über Holz kann man natürlich viel lernen, weil diese alten Stellmacher, die haben ja die Erfahrung, im Gegensatz zu uns heute, wo wir ja unser fertig gesägtes Holz beim Holzhändler bestellen, war es ja bei den alten Stellmachern so, dass die noch in den Wald gezogen sind und sich die Bäume ausgesucht haben. Und die haben natürlich auch das Wissen, wie man so ein Holz am besten lagert, welches Holz wurmanfällig ist, welches Holz schnell verrottet und so weiter. Also da gibt es viele, viele Sachen zu lernen. Die künftige Narbe für das neue Rad hat Theo Malchus schon mal gefunden. Jetzt muss er den Rohling in seiner Werkstatt bearbeiten. Dieses gute Stück hier, das ist meine Radmaschine. Die ist fast 120 Jahre alt und die ermöglicht das Herstellen von Holzspeichenrädern. An der Maschine kann man fast alle Arbeitsschritte, die nötig sind, um ein Holzrad zu bauen, machen. Hier spanne ich jetzt gerade diese Narbe ein, um nachher die Löcher für die Speichen zu bohren. Mit der alten Radmaschine bohrt der Stellmacher zuerst Löcher in die Narbe, in gleichmäßigem Abstand. Dann werden daraus die Öffnungen für die Speichen ausgefräst und schließlich per Hand nachbearbeitet. Theo Malchus stemmt die Löcher eckig aus. Hier sollen später passgenau die an der Basis abgeflachten Speichen eingeschlagen werden. Ein Eisenring wird jetzt langsam und sorgfältig erhitzt. Ist das Metall heiß genug, setzt Theo Malchus den Ring möglichst schnell auf die Radnarbe und schlägt ihn fest. Da das Metall schnell abkühlt und der Ring dann nicht mehr passen würde, muss er sich beeilen. Außerdem droht das Holz sonst zu verbrennen. Ich habe den Ring heiß gemacht, damit er sich dehnt und dann auf die Narbe geschlagen, abgekühlt, damit er sich dann wieder zusammenzieht. Und dann auch noch festsitzt, wenn die Narbe später trocknet und kleiner wird. Für die Speichen nimmt der Stellmacher lange abgelagertes Eichenholz. Mit einem sogenannten Ziehmesser werden aus den eckigen Latten ovale Speichen. So eine Speiche, da muss man immer einen geraden Jahresverlauf, also die Jahrringe, die müssen durchgehen und die Maserrichtung sollte nicht aus der Speiche rauslaufen, weil das sonst bricht. Sprich, die Holzauswahl ist schon mal sehr wichtig. Das ist jetzt hier eine 70 Jahre abgelagerte, ganz zähe Eiche aus dem Elm. Das ist so 30 Kilometer von hier. Und die ist besonders gut geeignet für Holzräder, weil die nicht schnell bricht und eine Menge Vorteile bietet. Die Speichen werden jetzt in die Radnarbe geschlagen, passgenau. Denn nirgends darf später Wasser in das Rad eindringen. Ich prügel da ja ordentlich drauf. Das muss so sein, weil die Hölzer ja nachschrumpfen, wenn sie trocken werden. Und dann wird der Speichenzapfen etwas kleiner und dann könnte sich das wieder lösen mit der Zeit. Und deswegen sind die Zapfen so viel größer, dass man die reintrügeln muss, dass das auf ewig praktisch miteinander verbunden ist. Jetzt fehlt noch die Felge für das neue Rad. Dafür verwendet der gebürtige Ostfriese Eschenholz. Mit einer Schablone werden die einzelnen Felgenteile rund gefräst, mit Löchern versehen und dann auf das Speichenrad gesetzt. Für diesen Arbeitsgang benötigt Theo Malchus Hilfe. Beim Aufsetzen der Felgenabschnitte ist große Kraft vonnöten. Damals haben sie alle gesagt, wie ich stell mache, das gibt es ja schon seit 65 nicht mehr. Was willst du da jetzt noch mit? Aber wie man sieht, so die ganze Tradition und so, das alles wird wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt. Und da kommen eben auch diese alten Techniken und die Liebe zu den alten Sachen wieder hoch. Und somit gibt es natürlich auch Kunden, die sowas brauchen. Das neue Rad für den über 100 Jahre alten Gemüsewagen ist fertig und kann montiert werden. Viele Stunden hat der Stellmacher an dem Wagen gearbeitet. Gut 10.000 Euro hat die Restauration gekostet. Das Ergebnis kann sich nicht nur sehen lassen, es ist auch wieder fahrbereit. Also ich bin mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Das hat viel Spaß gemacht, die letzten zwei Monate daran zu arbeiten. Ich bin auch ein bisschen stolz, dass das jetzt alles wieder so gelungen ist, dass wieder alles funktionstüchtig ist. Die Federn wieder federn, die Räder wieder gut laufen. Wir werden das gleich bei der Probefahrt hoffentlich sehen. Und ja, ein gelungenes Werk würde ich sagen. Und während Theo Malchus es sich nicht nehmen lässt, bei der ersten Ausfahrt dabei zu sein, kehren wir zurück zu Familie Holthusen in die Wesermarsch. Auf dem Hof auf der Wurb in Brake kann sich der 13-jährige Elias Holthusen in jeder Hinsicht austoben. Hier ist die Natur noch intakt. Viele Störche finden sich jedes Jahr auf den Feldern und Wiesen ein. Auf dem Hof hat Elias sein eigenes Reich. Einen alten Bauwagen. Er bemalt ihn so wie den Zirkuswagen in Sven Nordquists Kinderbuchreihe über Pettersson und Findus. So Meister, wo willst du den Tisch hin haben? Ähm, so ein Stück weiter, um jetzt einfach stehen bleiben. So, hier hin? Ja. Super. Oh Mann, da hast du ja kurz gut hingekriegt. Ja, sieht gut aus. Hier kannst du vielleicht noch ein paar Füße malen, weißt du, so klauen. Ach so, ja. In schwarz. Ja, genau. Fast könnte man meinen, gleich kommt der schrullige alte Pettersson aus dem Wohnwagen heraus auf der Suche nach seinem Kater Findus. Und noch eines hat Elias mit dem Kinderbuchhelden gemein. Elias kann genauso gut kochen und backen wie Pettersson. So, da bin ich wieder. Der Mann mit der Technik. Stell ich mal hier hin. So, das muss aber auch kräftig entlöhnt werden. Dafür möchte ich mindestens zwei Tortenstücke wieder haben. Kriegst du. Und als Anzahlung nehme ich mir schon mal ein paar Smarties mit. Okay. Der sprechende Kater Findus hat dreimal im Jahr Geburtstag. Immer dann backt sein Freund Pettersson Pfannkuchentorte. Und die will Elias heute für Bruder und Freunde nachbacken. Ich mache gerade die Findus Pfannkuchentorte. Das ist ganz normale Pfannkuchen. Die werden abwechselnd mit Marmelade und Sahne bestrichen und aufeinander geschichtet. Am Schluss kommt dann noch Granierung, zum Beispiel Beeren drauf oder Smarties. Das Rezept ist für acht Personen und das waren jetzt 400 Milliliter Milch und zehn Eier und jetzt kommt dann noch Salz zu und Mehl. Elias ist gerade mal 13 Jahre alt und schon ein richtiger Bäcker und Koch. Mama sagt eigentlich fast nichts dazu, aber sie freut sich manchmal, dass sie nicht kochen muss, sondern ich. Und ich koche eigentlich fast alles. Wenn meine Mutter manchmal nach der Schule nicht da ist, dann koche ich mir was selber und so. Elias hat bereits die Eier, die Hälfte der Milch, Zucker und Salz verquirlt. Nach und nach rührt er das Mehl unter. Vorsichtig, damit keine Klümpchen entstehen. Seine Freunde kommen schon, bevor die Torte fertig ist. Schließlich braucht Elias Unterstützung. Nein, nicht beim Backen, sondern beim Warten. Ich tue jetzt noch Wasser rein, damit er fluffiger und flüssiger wird. Jetzt muss der Teig noch 15 Minuten ruhen und dann kann er zum Pfandkuchen verarbeitet werden. Während der Teig und Hund Max ruhen, toben Elias und seine Freunde mit den Pferden. Musik 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 Aber Elias ist ein echter Kochprofi. Er hat den Teig auch beim Spielen, nicht verankert. vergessen. Elias erhitzt Butter in der Pfanne und gibt pro Pfannkuchen etwa eine Suppenkelle Teig hinein. Die Pfannkuchen werden von beiden Seiten goldgelb gebacken. Und jetzt machen wir das Beste, wir beschichten die Pfannkuchen. Zu der Torte kommen jetzt noch Marmelade, einmal Quittengelee, den haben wir selbst gemacht. Und dann kommen da noch Heidelbeermarmelade rein, die hat eine Freundin von mir selbst gemacht und noch Heidelbeeren drauf, zum Granieren. Elias kann auch schon austeilen wie ein Chefkoch. Das sieht ja lecker aus. Klare Ansage. Genascht wird erst, wenn's fertig ist. Elias weiß auch, das Auge ist mit. Frische Heidelbeeren und viele bunte Schokolinsen schmücken die Pfannkuchentorte. Der alte Petterson wäre bestimmt stolz auf Elias. Und fertig. Moin. Na, du kommst gerade zur richtigen Zeit. Moin. Das sieht ja super aus. Ganze zwölf Lagen hat die Torte. Kater Findus wäre begeistert. So, dann wollen wir mal gucken, wie die schmecken. Hast du selber betroffen, Elias? Sehr gut. Sehr lecker. Auch Elias Kater heißt Findus und der ist offenbar derselben Meinung. Das Milchtaxi ist da. Tatsächlich nennt Heike Holthusen den Milchwagen für ihre Kälbchen so. Während die Kühe und die großen Kälber schon auf der Weide sind, bleiben die Neugeborenen noch im sicheren Iglu auf dem Hof. Zweimal am Tag, morgens und abends, versorgt Heike die Kälbchen. Alles gut. So, ist alles gut. So, komm, jetzt alles rein. Oh ja. Das schmeckt gut. Mhh, lecker. Der sieht aus wie sein Vater. Wir haben einen weißen Deckbohlen und der hat sich so vererbt, dass meine ganzen Kälbchen, oder überwiegend die Kälbchen, weiß sind. Die Kälbchen werden ja geboren bei uns und dann kommen sie, bleiben sie ein paar Stunden bei ihrer Mutter und trinken die Milch, die Biestmilch und die erste Milch bei der Mutter und danach wird die Kuh gemolken. Und diese Milch ist ganz dick und das ist die Biestmilch oder Kolostrum. Und diese Milch ist ganz wichtig für die ersten Stunden, für das Kalb. Wenn das Kalb das nicht bekommt, ist das ganz tragisch. Der hat ja eigentlich alles, was er will und der braucht ja nicht kommen, ne? Was will die jetzt, ne? Du hast keinen Hunger, du hast keinen Durst. Ach, du bist neugierig. Da kann man stundenlang mitspielen, ne? Die sind schön, ne? Oh, wie die gucken. Er hat Lust mit mir zu spielen, aber irgendwie traut er das mir. Der Hof der Holthusens ist dieses Jahr mit besonders vielen Kälbern gesegnet. Dieser kleine Bulle hat gerade erst das Licht der Welt erblickt. Vor allem im Sommer können die Kühe der Holthusens oft ganz ohne Tierarzt kalben, einfach so auf der Wiese. Kuh und Kalb kommen ganz gut allein zurecht. Wenn das geht, versuchen wir es im Sommer natürlich gerne auch für Weide die abkalben zu lassen, alleine von der Hygiene her. Und man muss sie natürlich immer im Blick haben und gucken, ob alles in Ordnung ist. Aber wenn die natürlich draußen geboren werden, sind die auch irgendwie fitter, also als die im Stall. Man sieht das ja, das Kalb ist gleich aufgestanden und ist alles gesund. Und wenn die jetzt heute Abend reinkommt zum Melken, die Kuh, dann kommt das Kalb in das Iglu rein und bekommt dann auch gleich eben die Biestmilch. Die Biestmilch muss meistens, meistens jetzt so auf der Weide trinkt das Kalb auch alleine. So um die 30 Kälber haben Holthusens immer in der Aufzucht. Und es ist meist Jendrik, der die frisch geborenen Kälbchen dann zum Iglu auf den Hof bringt. Kaum auf der Welt wird das Leben schon aufregend. Auch wenn der kleine Bulle erstmal noch auf Händen getragen wird. Also das Kälbchen wird jetzt von der Weide geholt und wichtig ist es vor allen Dingen deswegen, weil die Kuh muss jetzt gemolken werden, damit das Kälbchen seine Kolostrum kriegt, seine Biestmilch. Und man merkt, das ist ein bisschen unruhig jetzt. Schön schwieriges, schwer ist er und ja, das ist mein tägliches Workout. Wie man sieht, ist es nicht so ganz einfach. Während bei der Mutter im Stall die Biestmilch abgemolken wird, kommt das Kalb in sein Iglu. So Kleiner, jetzt kommst du zu deinen Kollegen. So. Jetzt machen sie vorsichtig ab. Und dann immer vorwärts rein, sonst bringt das unsinnig. Und. So. Jetzt zugemacht, damit er nicht weglaufen kann. Und dann kommt gleich meine Mama und die füttert den dann. Margot und Herbert Holthusen leben im alten Teilerhaus des weitläufigen Hofes. Enkel Tobias macht heute mit seiner Oma eine ungewöhnliche Bohle. Oma Margot, eine reicht? Eine reicht für heute Abend. Ich muss eben das beste Messer aussuchen, das geht ja auch ein bisschen schwer. Nicht zu dick schälen, weil das ist alles wertvoll. Das können wir alles gebrauchen. So, dann schneide ich jetzt hier einmal durch. Ja. Und jetzt fange ich an, dann die Scheiben zu schneiden. Ja, Tobias, und so dünn, äh, so möglichst ganz dünn, wenn es geht. So besser, äh, ja, ganz bisschen mehr. Besser zieht das nachher durch. So, mal ein bisschen Platz schaffen hier auf dem Teller. Ja, dann mach das da schön rein. Der Sellerie für die Bohle wird nun eingelegt. Also nehmen wir gleich so den Korn, der kommt da gleich noch mit rein. Ja, das tun wir immer ganz gern. Das ist für uns immer, äh, schmeckt bei uns immer am besten. Ja, den kenn ich auch. Der Opa, der trinkt den auch mal ganz gerne. Ja. Nach dem Essen mal einen Schluck. Ja. Kommen wir mal jedes Wochenende nach Hause. Und bin auch ganz viel bei Oma im Garten. Helf auch so ein bisschen mit, so grad was Rasenmähen anbelangt. Umgraben, Blumen ein bisschen mit Stutzen, grad die Bäume ein bisschen, die Äste absägen. Rasenmähen. Rasenmähen, genau. Dann sind wir eigentlich ja mit dem Schnibbeln fertig. So. Jetzt kommen die Zutaten dazu. Die Zutaten, das sind Zucker, Zitrone und Hochprozentiges. Jetzt kommt die Zitrone. Ja. So, dann mach ich jetzt den Korn da rein. Ja, das tun wir mal. Was über ein bisschen hinkommt. Je nach Geschmack kommt ein Viertel bis ein halber Liter Korn dazu. So, Oma, ich hab uns noch einen kleinen Lütten eingeschenkt. Wollen wir mal probieren, ob der auch gut schmeckt, der Korn. Das ist auch richtig. Aber erst will ich eben abdecken. Der muss ja schön ziehen. Jetzt decken wir das hier schön ab. Und das ist auch richtig, dass du da dran gedacht hast. Ja. Nach getaner Arbeit haben wir uns den jetzt auch verdient, oder? Und ich denke, Prost, Tobias. Ich freue mich, dass du geholfen hast. Sehr gut, ne? Ja. Bisschen scharf, aber es geht. Der Sellerie muss jetzt gut durchziehen. Nun wollen wir das mal abseilen. Nimmst du die Schale? Ich nehme die Schale. Ja. Du machst jetzt das Tuch da rein? Ja, ich halte das Tuch fest. Ja, gut. Dann gieße ich das jetzt rein. Ja, alles reingießen. Ganz ruhig, alles auf einmal. Ja, hier ist doch ein Löffel. Da ist ein Löffel. Und da oben ist auch noch was. Da oben sitzt es noch. Da hat sich noch einer versteckt. Ja. So, prima. So. Ich glaube, Tobias, du hast mehr Kräfte. Jetzt drehen wir das so in eine Runde. Und dann musst du das so auspressen. Wir wollen ja jeden Tropfen Saft mitnehmen. So richtig schön drehen. Ja, du hast mehr Kräfte. Richtig und sonst richtig. Ja, prima. Guck, das ist nur die Flüssigkeit, die da rauskommt. Zucker. Rum. Korn. So, ich glaube, das war's. Ja. Ich tu das mal hier wieder rein. Jetzt komm, ey. Machen wir den Wein da rein. Ja, ich gebe dir mal so einen Krug rüber. Ja. Du kannst ja einen nehmen und ich nehme auch rein. Diese Menge muss da schon rein. Ja. Drei Liter trockenen Weißwein braucht die Bohle. Schön Weißwein. Ja. Was drinne ist, muss gut sein. Und alles gut gekühlt. Du Lust hast, kannst du das ja schon mal kalt stellen. Ja, ich nehme das mal. Ein ungewöhnliches Rezept, das nicht nur zum Sommerausklang schmeckt. Damit die Bohle richtig spritzig wird, gießt Tobias Sekt dazu. Was machst du denn da für blaue Blumen rein? Ja, das ist Porridge. Wollen wir mal probieren, wir beide? Ja. Danke. Ja, auf unsere Gesundheit. Ja, richtig. So, dann machen wir die andere auch noch fertig. Ja, sicher rein. Okay, haben wir jetzt alle? Ja. Ein paar Blümchen müssen wir noch. Der warurance h乐. Was ist Weißwein? Ja, sicher. Dann schauen Sie, rлон schoneig auch. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018